Hallo zusammen, ich bin Arthur und mache meine Berufsvorbereitung als Logistiker. Hallo zusammen, ich bin Dennis, ich bin im ersten Lehrjahr als Logistiker EFZ. Wir sind hier in der Firma Abisberg und wir würden euch gerne unseren Alltag als Logistiker zeigen. Ohne die Logistik läuft nichts in der Firma, denn wir sind das Herzstück eines Unternehmens. Im Wareneingang nehme ich Lieferungen gegenüber. Ich kontrolliere, ob es Beschädigungen hat oder nicht und ob Stückzahlen stimmen. Wir bedienen auch die Kunden. Wenn die Kunden etwas brauchen, dann gebe ich ihnen das Material, das sie heraus benötigen. Im Lagerrunde bereiten wir auch Material für Lieferungen vorbereiten. Wenn nötig, dann rüsten wir auch ein Teilchen. Mit der Hilfe des Lieferschein rüsten wir eine Bestellung. Wenn wir damit fertig sind, dann geht es uns verpacken. Im Abisberg wird man unterstützt, im Beruflichen und wie auch in den Schuhen. Bevor wir es abschicken, frankieren wir es und den Lieferschein draufkleben. Die Arbeitsatmosphäre ist bei uns sehr angenehm. Ein Teil der Arbeit des Logistikers ist ein Endprodukt zum Kunden zu liefern. Im Gegensatz zum Privaten mit mir klar sichern, dass es an die richtigen Adressen heilen kommt. Hoffentlich hat es euch gefallen, bewirbt euch jetzt noch bei uns. Bugün Keatschern. Ich habe meine epilepte und Leute gemacht. Ich habe für mich geiler, es wurde geändert verpasst. Ich habe mich gefallen. Ich habe blaue.